Bist doch nicht frei, Luca! Du musst dich doch freilaufen. Ja, ist doch okay. Ist doch ein schöner Raumgewinn, Aaron. Ist okay. Müsste jetzt seine Defense machen. Genau. Jetzt ist gut. Genau. So ist gut, ja? Jetzt kommt er, ja? Schade, Aaron knapp dran. Komm, bist du hinter jetzt. Hinten rein. Das dauert so lang. Schon lang innen.